Ich könnte mir vorstellen, dass euch der Anblick hier ein bisschen bekannt vorkommt. Ich habe jedenfalls das Problem, dass ich mein Fernsehergerät zwar hier mit einer einzelnen Fernbedienung steuern kann, aber die Lautstärke zum Beispiel, die muss ich mit meinem Receiver steuern, da habe ich wieder eine extra Fernbedienung. Und wenn ich jetzt auch noch einen Fire TV Stick oder irgendeine andere Box in Betrieb nehmen will, dann brauche ich wieder eine andere Fernbedienung. Ein bisschen wird das Problem abgemindert, dadurch, dass man hier über HDMI CC auch die Geräte so steuern kann. Da habe ich aber dann wieder zum Beispiel das Problem, dass dann hier die Alexa Sprachverbindung natürlich hier nicht funktioniert. Und auch ein paar andere Sachen sind unschön, also CC funktioniert bei mir nicht super zuverlässig. Ich habe zwei Samsung Geräte, an einem funktioniert es besser, an einem funktioniert es eben schlechter. Manchmal muss ich das nochmal separat über das Tools Menü hier im Samsung aktivieren. Dann kommt noch dazu, dass ja meine Lautstärkeregelung über den Technics Receiver läuft. Das ist ein SA-EX 100 Gerät, das ist also auch schon in die Jahre gekommen, hat mit HDMI nichts mehr am Hut. Das heißt, die Befehle nimmt er wirklich also nur mit Infrarot entgegen. Von Samsung gibt es dazu eine pfiffige Lösung, zumindest pfiffig gedacht. Und zwar habe ich zum Samsung Fernseher so einen Infrarot-Sender dazu bekommen, der wird am Fernseher angeschlossen. Und damit könnte dann theoretisch diese Fernbedienung die Befehle an den Receiver weiterleiten. Habe ich versucht einzurichten? Bin ich wohl zu blöd für? Oder ja, es geht einfach nicht. Also ich habe es nicht hinbekommen. Das Ding kann zwar mal den Receiver ein- und ausschalten, aber es lässt sich eben nicht auf die Tasten legen. Also wie gesagt, entweder ich bin so blöd oder Samsung hat das Ganze vermurzt, wovon ich mal eher ausgehe. Aber jetzt gibt es eine Lösung von unerwarteter Stelle sozusagen. Also das Ärgerlichste bei mir ist einfach Fire TV gucken. Denn am großen Fernseher bei mir funktioniert CC nur mangelhaft, muss immer wieder extra aktiviert werden. Das heißt, ich muss also hier bei Source erstmal den Fire TV Stick auswählen. Dann muss ich über Tools reingehen, CC aktivieren und die Lautstärkeregelung habe ich dann hier rüber. Oder muss halt hier einschalten oder mache die Lautstärkeregelung hier rüber, weil sie hier eben feiner funktioniert als mit der Fernbedienung. Ganz bescheuert ist es hier mit der Xiaomi Box. Die hat nochmal eine eigene Lautstärkeregelung. Die hat hier zwei Lautstärketasten. Das heißt aber im Grunde nur, dass er die Android-Lautstärke regelt. Das heißt, ich habe drei Lautstärkereinstellungen, die vom Fernseher, die vom Receiver und halt die von der Xiaomi Box. So, jetzt lebe ich mal nochmal die Fire TV Fernbedienung hier ins Bild. Und hier sieht man, hier habe ich Lautstärketasten, hier habe ich keine. Das ist die von meinem alten Fire TV Stick, die tue ich mal zur Seite. Die hat das nicht und die hat eigene. Und jetzt ist halt die Frage, was machen die eigentlich? Naja, um euch das zu zeigen, kippe ich das Ding mal in die Fernbedienung. Man kann das mit dem menschlichen Auge nicht sehen, aber ihr könnt es jetzt hier sehen. Seht ihr das Geblinke? Der schickt jetzt ein Infrarotsignal aus. Das kann die andere Fernbedienung nicht. Das heißt, mit dem kann ich jetzt auch Infrarotgeräte bedienen. Das haben die gar nicht groß beworben oder ist an mir irgendwie vorbeigegangen. Ich habe es dann erst gemerkt, als ich das hatte. Der erkennt, wenn ich den Fire TV Stick anstecke an mein Fernseher, vermute ich mal, wird über HDMI die Kennung des Fernsehers übermittelt oder zumindest die Marke. Und sobald der Fire TV Stick weiß, was für ein Fernseher angeschlossen ist, schickt er an die Fernbedienung das richtige Signal für den Fernseher. Und ab da weiß die Fernbedienung dann, wie sie den Fernseher an- und ausbekommt. Und zwar kann ich jetzt also mit dem Knopf hier oben meinen Fernseher auch ein- und ausschalten. Der Fire TV Stick geht im gleichen Moment auch an. Ja, aber was mache ich jetzt mit meinem Technics Receiver? Der hat keinen CC, da kann ja das Gerät gar nicht erkennen, was daran eigentlich angeschlossen ist. Um das Rätsel zu lösen, switchen wir jetzt mal auf den TV. So, ich bin jetzt im Fire TV Stick und jetzt gehe ich mal hier auf Einstellungen. Mach das auch mal ein bisschen leiser hier. So, und hier habe ich Gerätesteuerung. Den Punkt hatte ich bei meinem vorigen Fire TV nicht drin. Hier findet man jetzt Gerätesteuerung, das würde ich jetzt mal so lassen. Und hier kann ich Geräte verwalten. Und hier kann ich einfach meinen Receiver hinzufügen. Ich kann auch hier auf erweiterte Einstellungen zum Beispiel gehen. Kann noch festlegen, wie was eingeschaltet wird. Das ist aber in der Standardeinstellung für mich so okay. Aber hier ist einfach mein Receiver mit drin. Und hier kann ich die Lautstärkestufen einstellen. Das heißt, ich kann auch viel feinkranularer die Steuerung einstellen. Und was auch sehr schön ist, also ich kann hier natürlich Receiver ändern. Der muss natürlich manuell hinzugefügt werden. Von dem weiß der Fire TV Stick ja nichts. Aber ich kann auch einstellen, ich weiß gar nicht, wo das war. Genau, gerade für die Lautstärkeregelung kann ich sogar bestimmen, wohin das Infrarotsignal gesendet wird. Wird das an den Fernseher gesendet, dass der Leiser dreht oder an den Receiver? In dem Beispiel habe ich es mal an den Receiver schicken lassen. Ja, damit gehe ich zurück. Und mache jetzt mal das Ganze aus. Das Klacken, was ihr gerade gehört habt, das war mein Receiver. Damit ihr das Ganze mal live in action seht, habe ich jetzt mal die Kamera auf den Receiver gerichtet. Der hat natürlich Intel Core i5-Intus, ganz klar. Und wenn ihr jetzt mal rechts unten schaut, nämlich hier, da seht ihr, ist der Infrarotempfänger von meinem Fernseher. Der leuchtet so ein bisschen ruhe, weiß ich nicht, ob man das jetzt gut sehen kann auf der Kamera. Auf jeden Fall drücke ich mal die Einschalttaste auf den FireTV-Stick. Damit wird beides gleichzeitig eingeschaltet. Fernseher geht an, der switcht sogar auf den richtigen HDMI-Kanal und der Receiver geht an. Und jetzt kann ich hier einfach loslegen und irgendwas schauen. Jetzt kann ich euch auch nochmal demonstrieren, wie das mit der Lautstärke ist. Also ich drücke mal zum Beispiel Mute. Dann werdet ihr unten im Display sehen, dass da gerade Muting als Laufschrift einfach durchläuft. So, das heißt, wenn ich nur FireTV-Stick schauen will und am Fernsehen nichts schauen will, dann bin ich jetzt wirklich mit einer Fernbedienung, komme ich jetzt bei meinem Setup hier aus. Ich kann alle Geräte steuern, kann die Lautstärke steuern und kann alle Geräte beim Ende des Fernsehkonsums oder des Netflix-Konsums einfach wieder abschalten. Ja, und damit ist das für mich jetzt echt die optimale Lösung, ohne viel Bastelei und mit einer einfachen Konfiguration, so wie mir es ja Amazon hier anbietet. Ihr könnt jetzt im Grunde ausmachen, kleines Gimmick zeige ich euch noch. Das ist nicht wirklich praktikabel, weil ja die Fernbedienung nicht immer in der Halt halten muss. Aber ich mache jetzt mal Alexa an. Schalte meinen Receiver aus. Okay. So, also Alexa ist dann sofort auch gekoppelt. Es gibt, glaube ich, auch solche stationären Infrarot-Sender, die dann eben diese Befehle auch entgegennehmen. In dem Fall spreche ich in die Fernbedienung und er schickt dann das Signal auch mit der Fernbedienung an den Receiver. Ja, und so kann ich selbst meine Infrarot-Geräte quasi smart machen. Spiele Outro. So, dannussen Sie hier Diawärts Dinger oder Acharno der Aufstieg mehr. Spiele Outro. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020